Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 4. April 2024. Es ist der Donnerstag. Dominik Feuzi und Markus Somm. Ja, die Schweiz wird immer grösser. Besser gesagt, nicht grösser, aber die Bevölkerung nimmt dauernd zu. Dominik, die neuesten Zahlen. Ja, heute Morgen hat das Bundesamt für Statistik die neuste Bevölkerungszahl, Stichtag 31. Dezember 2023, veröffentlicht. Die Bevölkerung hat auf 8.960.800 Personen zugenommen. Das ist ein deutliches Plus. Die Bevölkerung ist stark gewachsen. Das sei vor allem mit den Personen aus der Ukraine, hat das einen Zusammenhang. Der Geburtenrückgang, der 2022 schon zu beobachten war, hat angehalten. Und die Anzahl Todesfälle hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert. So kommen die Zahlstandszahlen von den Eheschliessungen und von den Scheidungen abgenommen. Das fand ich auch noch einen lustigen Fakt. Genau, die Leute werden wieder ein wenig konservativer in jeder Beziehung. Aber es ist schon, muss man schon sagen, Dominik, es ist eine spektakuläre Zahl, oder? Also wenn man denkt, Personenfreizügigkeit ist einmal eingeführt worden, mit der Behauptung, es kommen jedes Jahr höchstens 10'000 Leute zu uns. Und ich meine, jetzt muss ich schon sagen, das Land explodiert. Ich meine, ich habe jetzt nachgeschaut, 2013 sind wir auf rund 8 Millionen gewesen. Das ist vor 11 Jahren. Also das heisst, wir haben eigentlich in 11 Jahren, so können wir jetzt sagen, 10 Jahre, nimmt die Schweiz einfach eine Million zu. Wenn das so weitergeht, ist die Initiative der SVP, die gestern eingereicht wurde, bald, bald schon überfällig. Ja, du sagst es, das kommt genau im richtigen Moment. Gestern ist die Initiative eingereicht worden. Man hat sie sehr schnell zusammengebracht. Innerhalb von neun Monaten hat man die 100'000, also über 100'000 Unterschriften gebracht. Ja, vielleicht noch ein paar Zahlen zusätzlich, die das Bundesrepublik Statistik gebracht hat, die zeigen, wie gross die Zunahme ist. Sie beträgt nämlich 145'400 Personen, die zusätzlich da wohnen, im Vergleich zum Ende 2022. Und das Wachstum ist doppelt so stark wie 2022. Und es war noch nie so hoch wie seit dem Beginn der 1960er-Jahre. Musst du dir das mal vorstellen. Das ist 60 Jahre her. Ohne Personen aus der Ukraine hätte sich die Bevölkerungszahl um 1% erhöht, also rund um die Hälfte, ein bisschen mehr. Das heisst, dass die von dir erwähnte Zuwanderung aus dem EUF darum mit der Personenfreizügigkeit wieder rund 80'000 Personen umfasst hat. Netto, muss ich immer betonen, netto. Es sind mehr gekommen, es sind auch Leute auch noch gegangen. Und das ist rund 10'mal mehr, du hast es erwähnt, als man bei der Abstimmung über Personenfreizügigkeit eigentlich gesagt hat. Ja gut, es ist ein spektakuläres Wachstum. Und ich glaube, die meisten Leute, die ein bisschen ehrlich sind, wissen, das kann irgendwie so nicht weitergehen. Ich meine, ich habe es vorher erwähnt, die Schweiz wird eben nicht grösser. Man kann nicht das Feldlin wieder zurückholen oder das Vorarlberg erobern oder man könnte dann auch nicht Sardinien kaufen. Es geht einfach nicht. Das Land wird nicht grösser. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen, die die Leute wirklich unbehagen haben. Und zwar tief, tief in die bürgerliche Mitte. Und das ist meiner Meinung nach ganz ein wichtiger Aufruf an die FDP, aber auch an die Mitte. Es kann so nicht weitergehen. Und wenn er nicht auf das reagiert, irgendwann wird man die Rechnung präsentiert bekommen. Und seien wir ehrlich, es liegt ja alles nur daran, dass wir unsere Geiselhaft zu der EU gegeben haben. Wir haben eine panische Angst, mit der EU auch nur darüber zu reden, dass sie vielleicht irgendwo bei uns eine Neuverhandlung anstreben könnten, was eine Personenfreizügigkeit betrifft. Nein, wir machen gleich nochmal einen neuen Vertrag, der nochmal unsere Handlungsspielräume nochmal einschränkt. Es ist schon schwer zu verstehen, was da bei den Politikern abgeht. Ja, da dient auch die Initiative der SVP sicher dazu, um das auf Traktandaliste zu setzen und behalten. In der NZZ schreibt heute Fabian Schäfer, das gebe ich dem Bundesrat Rückenwind für seine Verhandlungen mit der EU. Da weiss ich nicht genau, inwiefern das stimmt oder nicht. Das stimmt, ich habe doch meine Zweifeln. Vor allem gibt es Rückenwind den Leuten, wo es doch ein bisschen gibt, teilweise offen in der FDP, aber auch in der Mitte, aber noch viel mehr hinter verschwiegenen Hand, die so sagen, ja, es stimmt ja schon, es kann so nicht weitergehen. Wir haben ein Problem in der ganzen Infrastruktur, Verkehr, und zwar sowohl beim Autoverkehr wie beim Zugverkehr, und dann im ganzen Wohnungsmarkt, bei den Mieten, bei den Immobilienpreisen, wo ganz klar die Zuwanderung von 80'000 Leuten netto aus der EU pro Jahr natürlich dazu führt, dass die Preise steigen, wenn die Nachfrage der Art ansteigt. Und das nicht nur noch in Hotspots wie in Zürich, Aargau, Basel, Genf, sondern auch hier zum Beispiel in der Region Bern, wo lange verschont war. Es wäre Gelegenheit, um einen Gegenvorschlag zu entwickeln, und es wäre auch Gelegenheit, sich in der Mitte anzunehmen. Was auch noch so läuft, oder der Bundesrat, der will ja von der EU bei den Rahmenverträgen Präzisierung von der Schutzklausel, das hat Beat Jans am Dienstag bis in 100-Tage-Bilanz wieder betont. Er ist dann gefragt, oder von einem Kollegen, ja, was das konkret sein könnte, oder die Schutzklausel, das ist der Paragraf 14 Absatz 2 vom Freizügigkeitsabkommen, wo so schwammig formuliert ist, ist es so, dass niemand wagt, die Schutzklausel anzurufen. Und er hat dann gelächelt auf den Stock 10 und gesagt, ja, er könne jetzt da nicht über die Verhandlungen reden. Bekannt ist, wie die EU das sieht. Man kann mich daran erinnern, Markus Sefkovic, kürzlich in der NZZ, im Interview, er sehe ich das Problem einfach nicht. Gut. Es ist noch weitergegangen, Dominik, ich finde, er hat sich richtig dumm gestellt. Er hat ganz genau gewusst, was das für ein Thema ist und hat, glaube ich, etwa dreimal betont, es sei überhaupt kein Thema gewesen in den Verhandlungen. Jetzt entweder heisst es wirklich, dass unsere Schweizer Diplomaten oder der Ineatio Cassis das wirklich nicht angesprochen hätten. Das glaube ich eigentlich nicht, sondern es zeigt einfach, die EU hat gar keine Lust, auf das einzugehen. Und überhaupt, ich meine, aber ich verstehe es auch, also EU würde ich ja nicht, ich meine, unsere Diplomaten haben sich ja am Boden geworfen und haben gebetelt, bitte dürfen wir noch mal verhandeln, dürfen wir noch mal einmal geschlagen werden, dürfen wir noch mal einmal kapitulieren. Und dann hat die EU gesagt, ja gut, ja okay, komm, ihr könnt noch einmal einmal rumküchen, es ist okay. Ich meine, man muss sich nicht wundern, dass die EU nie nicht, aber auch gar nie nicht, nachgeben will, weil unsere Diplomaten, ich weiss gar nicht, ob man die noch Diplomaten nennen kann, das sind solche Anfänger, dass man natürlich nie, nie wird irgendeine Konzession erwarten können von der EU. Ja, das ist zu befürchten. Ich habe auch gehört, gerüchteweise, dass die Verhandlungen überhaupt nicht gut laufen, dass die EU ihrerseits über Sachen will reden, wo man eigentlich gemeint hat, man sei so weit. mit, ja, wir werden es gesehen, es ist einfach jetzt mit der SVP-Initiative klar, oder, dass das Migrationsthema nicht nur so im Parlament mit irgendwelchen Motionen und Postulaten vorhanden ist, sondern mit einer Volksinitiative, wo, wenn die Entwicklung so weitergeht, einige Chancen wird haben. Ich meine, du hast erwähnt, wie schnell, dass es gegangen ist, die letzte Million, ich sage jetzt, aufzufüllen, oder? An sich hat man ja gemeint, ja, die 10 Millionen Schweiz, ja, das geht ja, das geht ja noch bis 2040 oder so, aber wenn die Entwicklung so weitergeht, dann reden wir, ja, vielleicht ist es schon 2030, 31, 32 soweit, dann würde die Initiative greifen, das würde heissen, dann müsste der Bundesrat Massnahmen greifen, die bis und mit der Kündigung von der Personenfreizügigkeit müssen gehen. Genau, und du hast es eigentlich erwähnt, ich meine, überall reden wir jetzt über die Knappheit von der Finanzen. Wir haben ein riesiges Problem, oder? Wir haben eine Armee, die nicht mehr funktioniert, die wir bezahlen müssen. Wir müssen eine 13. Rente für die AHV aus dem Hut zaubern. Wir haben enorme, enorme Kosten, wo alles auf uns zukommt. Und wenn da nochmal eine Million dazukommt, kann man sich einfach ausrechnen, was das heisst für unsere Infrastruktur, für unsere Schulen, die wir bauen müssen, für unsere Spitäule, die wir bauen müssen, für Strassen, Bahnen. Das ist unglaublich teuer und es kann nicht sein, dass die Politik jetzt einfach das Gefühl hat, wir machen jetzt nochmal zehn Jahre einfach irgendwie einen Vogelstrauss und dann einfach den Kopf ins Sand stecken und hoffen, dass irgendein, ich weiss nicht, was passieren kann. Ich meine, es ist ganz einfach am Schluss, die Personenfreizügigkeit müssen wir mit der EU neu verhandeln. Es führt nichts an dem vorbei und es führt auch nichts daran vorbei, dass die Schweiz aufhört mit dem Kolonialverhalten gegenüber der EU. Das führt nicht zum Ziel. Und irgendwann explodiert uns das Land, wenn da einfach nie reagiert wird. Wir müssen eigentlich eine Ausnahme haben, eine komplette von der Personenfreizügigkeit. Das ist eigentlich klar. So wie sie leichten Stein hat, es geht an sich nicht anders. Und es ist ja auch so, dass ökonomisch die Personenfreizügigkeit gar nicht nötig für einen Binnenmarkt ist. Es ist überhaupt nicht die Idee, es ist schön, wenn man das noch verbinden miteinander, aber es ist nicht nötig und weil die Unterschiede so riesig sind, der Rainer Eichenberger hat es kürzlich in der Handelszeitung dargestellt, das Wohlstandsgefälle zwischen der Schweiz und Polen ist grösser als das von Polen zu Tunesien. Und dann ist klar, was passiert, dann strömen halt Leute in die Schweiz, eben nicht nur sehrige, die einen Job haben, sondern auch sehrige, die ganz billigen Jobs suchen. Sie nehmen die ganze Familie mit, sie nehmen was alles noch mit. Es ist bekannt, dass bei den Zuwanderern viele zwar einen Job haben, aber dass noch viermal mehr Leute eben auch noch kommen. Und das führt dann zu kompletten Verwerfungen, die eben eigentlich in dieser Schutzklausel erwähnt sind, aber wo bis jetzt niemand getraut anzurufen und so funktioniert das nicht. Ja, und was eben auch grotesk ist, ist ja, dass die Personenfreizügigkeit und die EU praktisch wie eine Monstranz vor sich her treibt, als wäre das wirklich das heilige Prinzip von dieser EU. Die ist für alle Länder in der EU, ausser für die Schweiz und vielleicht noch Luxemburg und früher ist es noch England gewesen, auch ein Phänomen, das sie fast nicht spüren, die Personenfreizügigkeit, zum Beispiel Italien. Wie viele Leute gibt es, die von Spanien, Frankreich oder Deutschland oder von Polen überhaupt in Italien arbeiten und dort einen Job bekommen. Nicht einmal ein Schweizer kommt ja einen Job. Also die Schweiz ist ganz, ganz massiv übervertretend, wenn es um Personenfreizügigkeit geht. Also wenn man alle die Leute anschaut, die hin und her ziehen in Europa, die von dieser Personenfreizügigkeit überhaupt einen Nutzen ziehen, dann ist die Schweiz und die Grossbritannien, sind die zwei Länder ausgerechnet, die zwei Länder, die gar nicht Mitglied sind von der EU, am meisten davon betroffen. Es sind die beliebtesten Destinationen und alle anderen Länder erleben eigentlich eine Personenfreizügigkeit auf ganz einem tiefen Niveau und das ist auch der Grund, warum erstens die natürlich den Widerstand nicht so verstehen, aber das Zweite ist auch, dass sie auch gar keinen Anlass haben, irgendetwas zu ändern bei sich. Sie können gut natürlich das Heiligenprinzip immer aufrechterhalten, wenn sie selber gar nicht irgendeine Auswirkung spüren. Ja, über das Thema reden auch die Mattea Mayer und der Cedric Wermuth im Zitat «grossen Gespräch über Politik und Geld in BitaMedia». Es ist dann ein normales Interview, es ist nicht ein grosses Gespräch für die Ewigkeit, aber ein paar Highlights, gerade auch aus der Migrationsdebatte kommen dort schon, also der Cedric Wermuth betont, man hätte jetzt wirklich immer die ganze Zeit das Asylrecht verschärft, und die Rechte hätten das ständig durchgesetzt und das funktioniere nicht. Das hätte nicht zu einer grösseren Akzeptanz für Menschen auf der Flucht geführt, wie man behauptet hat. Noch lustiger wird es weiter unten. Matthias Mayer behauptet, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine sich schnell sprachlich und beruflich integrieren konnten. Dann fragt der Interviewer zurecht nach, weil es nur einer von fünf integrieren Das ist wahnsinnig wenig. Im Vergleich zu anderen Ländern in Polen sind es 65%. Im europäischen Durchschnitt sind es rund die Hälfte. Matthias Mayer sagt, es happere bei der bezahlbaren Kinderbetreuung. Das sei der Grund, warum die Flüchtlinge keinen Job finden. Wie findest du das? Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so herzig, was die zwei hier reden. Es sind ewige Studenten, die nicht auf dem Planet leben, sondern auf dem Planet Uni oder Planet Marxismus. Ich habe keine Ahnung, wie die auf die Idee kommen. Zahlen sprechen für sich selber. Die Ukraine sind extrem schlecht integriert. Da haben wir eine ganz schlechte Flüchtlingspolitik gemacht. Über da kann man reden. Man kann reden über den Flüchtlingsstatus S, ob das eine gute Idee war, ob man es nicht anders machen. Es gibt ganz viele wichtige Diskussionen, aber sie sind gut integriert. Wenn man sagt, sie sind nicht gut integriert, dann sind unsere Kinderkrippen schuld. Bei Mathias Mayer hat man das Gefühl, Kinderkrippen würde alles lösen. Wir müssen Kinderkrippen bauen, dann haben wir plötzlich Strom. Wir müssen Kinderkrippen bauen, dann haben wir keine Personenfreizügigkeit. Wir müssen Kinderkrippen bauen, dann ist der Krieg in Russland weg. Wir müssen Kinderkrippen bauen, dann ist Hamas plötzlich ein kleines Büsse. Es ist unglaublich naiv, wie adolescent zwei Leute von der grössten Partei der Schweiz reden. Die SP muss einem ab und zu leid tun. Noch besser wird es, als die Interviewer Kriminalität ansprechen und fragen, auch wegen der Migration habe ich Kriminalität allgemein zugenommen. Stell dir vor, wie das Larissa Rinn und Philipp Loh so schwer gefallen ist, das zu fragen. Aber man muss es halt fragen. Der Sedrig Wermuth sagt die Schweiz diskutiert seit der Schwarzenbach- Initiativ in den 70er-Jahren über keinen Bereich so viel. Punkt, fertig. Mehr sagt Mathéa Meier, sie sagt, es gäbe halt Strafrecht für solche Fälle. Man müsse sich aber fragen, warum die Leute da sind. Und dann Zitat «Solange die Schweiz ihren Wohlstand auch auf der Ausbeutung von Menschen aus dem Süden aufbaut, solange wir bereit sind Kriegsmaterial zu exportieren, solange die Menschen in die Schweiz». weil die Schweiz angeblich ausbeuterisch unterwegs ist, auf der ganzen Welt nur ausbeutet und Waffen überall hin liefert, darum dürfen die Leute herkommen und uns bestellen. Ja, das macht Sinn. Ich will vielleicht mal die Adresse von Matteo Meier im Kongo oder Kamerun ist eine beliebte Distination für Leute, die von uns profitieren Die sollen doch mal bei Matteo Meier oder auch mal Eigentum behändigen, weil sie gehören ja auch zum globalen Norden. Sie haben eine Ausbildung genossen von Steuerzahler, die mit dem Blutgeld das Steuergeld haben überhaupt können zahlen. Ich weiss gar nicht, warum die zwei sich getraut in der Schweiz zu leben. Sie sollten eher in Afrika leben und dort nicht stellen, sondern vielleicht Sozialarbeit machen oder einfach irgendetwas machen, unglaublich schlechte Gewissen, das sie haben, kann man einfacher lösen, als wenn man das ganze Land ruiniert. Aber was auch interessant ist, und das finde ich immer das Verrückte bei dieser Argumentation, es tut ja eigentlich dann alle anderen Ausländer und das ist ja immer noch die erdrückende Mehrheit, die nicht kriminell wird und auch die die aus dem sogenannten globalen Süden zu uns kommen, die ist auch die erdrückende Mehrheit, nicht kriminell, sie sind einfach rüber vertreten, das ist der Punkt, aber die werden dann alle denunziert, ich verstehe gar nicht, warum nicht jeder aus Eritrea eigentlich als Verbrecher bezeichnet werden, weil Mathia Meier findet, sie dürfen und sollten Verbrecher werden in der Schweiz, weil wir die Sünden begangen haben. Ja, und die Integration dieser Flüchtling in die Gesellschaft, aber auch in die Wirtschaft, ist äusserst schleppend, sondern es ist bekannt, die Sozialhilfequote ist zum Beispiel bei den Eritrea ist weit über 90%, am Schluss funktioniert dort unser System nicht mehr, das darauf baut, dass Menschen eben arbeiten wollen und dass sie eben nicht wollen jahrelang Sozialhilfe beziehen. Aber über das kann man nicht reden. Dafür vielleicht noch ein letzter Punkt noch, die beiden werden dann auch noch gefragt wegen der Finanzpolitik, wie das ausgesehen. Wir haben überall in der Schweiz zu wenig Geld und sie sagen, das ist alles kein Problem. Mattea Mayer übernimmt dort wieder den Leid. Bund und Kantone bauen Reserven in Milliardenhöhe auf. Da habe ich gedacht, beim Lesen habe ich nicht gewusst. Bund und Kantone sind alle verschuldet. Alle. Es gibt keine Reserve. Lesen wir weiter. Während die Reserven der Menschen immer geringer werden, das ist auch etwas, was sie einfach bautet und wahrscheinlich die Pensionskassenkapitale hat in den letzten 20 Jahren über 20 Milliarden Überschüsse gemacht. Jawohl, endlich etwas, was stimmt. Er hat sie gebraucht, um die Schulden abzubauen von 130 Milliarden auf knapp 100 Milliarden und dann hat er in der Pandemie 30 Milliarden rausgejettet innerhalb von anderthalb Jahren. Es gibt kein Finanzierungsproblem in der Schweiz. Das ist die Conclusio Finalis von Mattea Mayer. Das ist ein Mickey-Maus- Interview von zwei Mickey-Maus- Journalisten geführt mit zwei Mickey-Maus- Präsidenten. Wer es nicht glaubt, soll einen Mickey-Maus- schauen. Wir gehen auf ein anderes Thema, das immer wieder von den Linken verzerrt dargestellt wird. Atomkraft. Sie haben fast kein Argument mehr gegen Atomkraft, weil sie glauben an Klimawandel und glauben, dass das in drei Minuten so weit ist, dass wir alle untergehen. Nein, Bauzeit von Atomkraftwerchen ist immer wieder das Argument zu haben. Alex Reichmuth hat dazu einen interessanten Artikel gemacht. Dominik Bagatz. Die Behauptung ist, dass das Atomkraftwerchen durch 20, 25 Jahre funktioniert. Darum funktioniert das überhaupt nicht, um zu lösen irgendwelchen Problemen in der Energiepolitik. Auf der Basis von allen Bauprojekten, die seit den 50er-Jahren weltweit errichtet worden sind, also über 600 Kernkraftwerke. Auf dieser Datenbasis hat eine Wissenschaftlerin aus Oxford herausgefunden, wie lange es wirklich geht. Das sind im Schnitt 6,5 Jahre, die Bauzeit ist sogar leicht gesunken. Der Grund ist relativ banal. Je mehr Atomkraftwerke man baut, desto schneller kann man sie bauen, weil man gewisse Sachen standardmäßig produzieren kann. weil das Know-how grösser wird und so weiter. Und darum ist es ja schon schlimm, wie der Ausstieg in Europa hat. Wenn man jetzt wieder anfangen würde, ist schon klar, die ersten Projekte in Grossbritannien oder auch das in Finnland, Euciloto, die man gebaut hat, das hat deutlich länger als 6,5 Jahre gebaut. Ja, weil man vorher das ganze Know-how in Güsselküppel geschmissen hat. Dann musst du dich nicht wundern, wenn es nachher länger dauert. in Asien und das zeigt Alex Reichmuth sehr gut, dort ist es noch schneller gegangen, auch nach 5,7 Jahren. Ja, was vielleicht auch interessant ist, sind sehr lügendertig klar auf nebelspalter.ch, weil die Zahlen sind also wirklich irgendwo schon noch ganz erschütternd auf eine Art. Also die Medianzeit ist 6,3 Jahre, das heisst die Hälfte von allen Atomkraftwerken, die gebaut worden sind, seit den 50er Jahren, also seit sie viele Nutzung Energie ist 6,3 Jahre. Und jetzt noch viel verrückter finde die Zahl 21%, also ein Fäuftel von allen Reaktoren, die gebaut worden sind, ist kürzer gebaut worden als 5 Jahre. Also wenn man will, kann man sogar ein Atomkraftwerk unter 5 Jahren bauen. Also Albert Rösti, wenn er morgen den Auftrag geben könnte, einen AKW in 5 Jahren hätten wir einen AKW. Das ist schon spektakulär und zeigt, dass man jetzt ganz stark muss über das reden, wie man die politischen Verfahren kann effizienter machen, damit das nicht zu einem Bau vom Turm Babel wird. Jedes Atomkraftwerk nach 50 Jahren soll gehen. Aber empirisch stimmt das einfach nicht. Es geht gar nicht so lange. Und vor allem es ist alles politisch. Und deshalb ist immer lustig, dass die Kreise, die politisch alles machen, dass die Bewilligungsverfahren so kompliziert werden, dass es so lange geht, dass es so viele Einsprache gibt, dass es so viele Möglichkeiten gibt, diese Kreise ausgerechnet beginnen, brüllen und sagen, es geht immer so lange. Sie sind ja die Schuld, dass es überhaupt so lange geht. Also Krokodilstränen von unseren Atomkritikern. Gut, eine kleine Linie letzten historischen Nortrag, wir vertiefen, die Schlacht von Neffels, hat nicht genau heute stattgefunden, aber heute ist die Neffelser Fahrt im Glarnerland. Wir gratulieren, weil das ist schon ein unglaublicher Brauch. Jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig sehe, die Schlacht von 1388 war. Das ist die sogenannte Neffelser Fahrt, die jedes Jahr, immer am ersten Donnerstag im April stattfindet und an eine Schlacht erinnert im Jahr 1388 und was mit dieser Schlacht auf sich hat, Sie von Bern einfach heute am 4. April 2024 auf nebelspalter.ch Dominik Feusi und Markus Somm können uns abonnieren auf nebelspalter.ch Spotify Apple Podcast usw. Wir empfehlen uns von unseren Freunden von uns zu erzählen und uns hoch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann habt eine gute Zeit. Das ist Bern Einfach gewesen sponsiert von Swiss Life ihrer Partnerin für Selbstbestimmtslab.